Sternzeichen Von Norbert Reinwand Das Buch Sternzeichen ist ein Ratgeber, der die Bedeutung und die Eigenschaften der zwölf Tierkreiszeichen erklärt. Es richtet sich an Leser, die mehr über ihre Persönlichkeit, ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Beziehungen und ihre Zukunft erfahren wollen. Das Buch ist in zwölf Kapitel unterteilt, die jeweils einem Sternzeichen gewidmet sind. Es gibt dir Infos zu den westlichen Sternzeichen und zu den chinesischen Sternzeichen, jedes Kapitel enthält folgende Informationen. Eine kurze Einführung in das Sternzeichen, seine Symbolik, sein Element, seinen Planeten und seine Jahreszeit. Eine Beschreibung der typischen Charakterzüge, Vorlieben, Abneigungen, Talente und Herausforderungen des Sternzeichens. Ein Überblick über die Liebe, die Freundschaft, die Familie, die Karriere und die Gesundheit des Sternzeichens. Ein Horoskop für das Jahr 2024, das die wichtigsten Ereignisse, Chancen und Ratschläge für das Sternzeichen vorhersagt. Ein Quiz, das dem Leser hilft, sein Sternzeichen besser kennenzulernen und zu testen, wie gut er mit anderen Sternzeichen harmoniert. Einige Tipps und Übungen, die dem Leser helfen, das Beste aus seinem Sternzeichen herauszuholen und seine Potenziale zu entfalten. Das Buch ist in einem leicht verständlichen und unterhaltsamen Ton geschrieben. Es soll dem Leser nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Spaß machen und ihn inspirieren. Das Buch ist mit farbigen Illustrationen und Grafiken versehen, die die einzelnen Sternzeichen darstellen und das Layout auflockern. Das Buch ist für alle Altersgruppen geeignet und kann sowohl als Nachschlagewerk als auch als Geschenk verwendet werden. Astrologie Astrologie ist die Lehre von den Einflüssen der Sterne und Planeten auf das menschliche Schicksal. Sie geht davon aus, dass die Positionen der Himmelskörper zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen, dessen Persönlichkeit, Charakter, Talente, Beziehungen und Lebensereignisse prägen. Die Astrologie verwendet ein System von Tierkreiszeichen, Häusern und Aspekten, um ein Horoskop zu erstellen, das die individuelle Anlage und das Potenzial eines Menschen zeigt. Die Astrologie ist eine alte Tradition, die in verschiedenen Kulturen und Epochen ausgeübt wurde. Sie hat sowohl Anhänger als auch Kritiker, die ihre wissenschaftliche Gültigkeit und ethische Vertretbarkeit in Frage stellen. Die Tierkreiszeichen sind zwölf Abschnitte des Himmels, die jeweils einem Sternbild zugeordnet sind. Sie beginnen mit dem Widder, dem ersten Zeichen des Frühlings, und enden mit den Fischen, dem letzten Zeichen des Winters. Jedes Tierkreiszeichen hat eine symbolische Bedeutung, die sich auf bestimmte Eigenschaften, Elemente, Qualitäten und Planeten bezieht. Zum Beispiel ist der Widder ein Feuerzeichen, das Mut, Energie, Initiative und Führung repräsentiert. Sein Herrscherplanet ist der Mars, der für Kampf, Wettbewerb und Leidenschaft steht. Die Tierkreiszeichen sollen die Grundzüge der Persönlichkeit eines Menschen bestimmen. Die Häuser sind zwölf Bereiche des Lebens, die sich auf verschiedene Themen wie Familie, Beruf, Gesundheit oder Liebe beziehen. Sie werden durch die Drehung der Erde um ihre Achse bestimmt und hängen vom Geburtsort und der Geburtszeit eines Menschen ab. Das erste Haus ist das sogenannte Aszendent oder das aufsteigende Zeichen am östlichen Horizont zum Zeitpunkt der Geburt. Es zeigt die Art und Weise an, wie ein Mensch sich selbst darstellt und wie er von anderen wahrgenommen wird. Die Häuser sollen die konkreten Erfahrungen und Herausforderungen eines Menschen im Leben anzeigen. Die Aspekte sind die Winkel zwischen den Planeten im Horoskop, die ihre harmonischen oder spannungsreichen Beziehungen zueinander ausdrücken. Sie werden in Grad gemessen und haben unterschiedliche Auswirkungen je nach ihrer Art und Stärke. Die wichtigsten Aspekte sind die Konjunktion 0 Grad, das Sextil 60 Grad, das Quadrat 90 Grad, das Trigon 120 Grad und das Opposition 180 Grad. Die Aspekte sollen die inneren Dynamiken und Konflikte eines Menschen offenbaren. Die Astrologie ist eine faszinierende und komplexe Disziplin, die viele Menschen seit Jahrtausenden beschäftigt. Sie bietet eine Möglichkeit, sich selbst besser zu verstehen und Orientierung im Leben zu finden. Allerdings sollte man sie nicht als deterministisch oder dogmatisch betrachten, sondern als einen Anreiz zur persönlichen Entwicklung und zum freien Willen. Die Geschichte der Astronomie Die Geschichte der Astronomie ist ein faszinierendes Thema, das die Entwicklung der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den Himmelskörpern von der Urgeschichte bis zur Gegenwart umfasst. Die Astronomie ist eine der ältesten Wissenschaften, die schon in der Steinzeit aus der Beobachtung und Verehrung der Sonne, des Mondes und der Sterne entstand. Die Astronomie hat das Weltbild und das Selbstverständnis des Menschen maßgeblich geprägt und beeinflusst bis heute die Forschung nach den Ursprüngen des Universums und dem Leben außerhalb unseres Sonnensystems. Die Anfänge der Astronomie lassen sich in den frühen Hochkulturen Ägyptens und Mesopotamiens nachweisen, wo die ersten Kalender, Sternkarten und astronomischen Berechnungen entstanden. Die Griechen entwickelten die geometrische Astronomie, die auf mathematischen Modellen und Beobachtungen beruhte. Sie stellten das geozentrische Weltbild auf, das die Erde als Mittelpunkt des Universums ansah. Dieses Weltbild wurde von dem berühmten Astronomen Claudius Petolemaeus im 2. Jahrhundert N. CHR in seinem Werk Almagest systematisiert und blieb bis zum Mittelalter die vorherrschende Lehre. In anderen Teilen der Welt wie Indien, China, Amerika und Australien gab es ebenfalls bedeutende astronomische Traditionen, die sich teilweise unabhängig von der griechischen Astronomie entwickelten. Sie beobachteten unter anderem Sonnen- und Mondfinsternisse, Kometen, Planetenbewegungen und Sternkonstellationen. Im Mittelalter wurde die Astronomie vor allem von den Arabern weitergeführt, die viele griechische Werke übersetzten und verbesserten. Sie erfanden neue Instrumente wie das Astrolabium und das Quadrant und machten wichtige Entdeckungen wie die Präzession der Erdachse. Sie beeinflussten auch die europäische Astronomie, die im 13. Jahrhundert eine Renaissance erlebte. Der Wendepunkt in der Geschichte der Astronomie kam im 16. und 17. Jahrhundert mit der kopernikanischen Wende, die das heliozentrische Weltbild einführte, das die Sonne als Mittelpunkt des Universums ansah. Dieses Weltbild wurde von den Beobachtungen und Gesetzen von Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei und Isaac Newton gestützt, die mithilfe des Fernrohrs und der Himmelsmechanik die Bewegung der Himmelskörper erklären konnten. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden weitere Planeten wie Uranus und Neptun entdeckt, sowie Asteroiden, Kometen, Sternhaufen und Nebel. Die Physik des Lichts und die Spektralanalyse ermöglichten es, die chemische Zusammensetzung und die Temperatur der Sterne zu bestimmen. Die Astrophotografie erlaubte es, den Himmel detailliert abzubilden und zu erforschen. Im 20. Jahrhundert begann das Zeitalter der modernen Astrophysik, die sich mit den physikalischen Prozessen in den Himmelskörpern beschäftigt. Die Relativitätstheorie von Albert Einstein revolutionierte das Verständnis von Raum und Zeit und führte zu Konzepten wie schwarzen Löchern, Gravitationslinsen und Gravitationswellen. Die Quantenmechanik erklärte die Struktur der Atome und die Kernfusion in den Sternen. Die Kosmologie untersuchte die Entstehung, Entwicklung und Zukunft des Universums. Die Radioastronomie nutzte elektromagnetische Wellen außerhalb des sichtbaren Lichts, um neue Objekte wie Pulsare, Quassare und Radiogalaxien zu entdecken. Die Raumfahrt ermöglichte es, Sonden zu anderen Planeten zu schicken oder Satelliten in den Erdorbit zu bringen, um den Himmel aus verschiedenen Perspektiven zu beobachten. Im 21. Jahrhundert setzt sich die Astronomie neue Ziele und Herausforderungen, wie die Erforschung des Sonnensystems, die Suche nach extrasolaren Planeten und außerirdischem Leben, die Messung der dunklen Materie und der dunklen Energie, die Bestimmung der genauen Parameter des kosmologischen Modells, die Beobachtung von Gravitationswellen und die Entwicklung von neuen Teleskopen und Observatorien auf der Erde und im Weltraum. Die Astronomie ist eine lebendige und spannende Wissenschaft, die immer wieder neue Erkenntnisse und Fragen hervorbringt. Sternzeichen Steinbock Zweiundzwanzigster Zwölfte Zwanzigster Eins Steinbock Caprican Erde Wassermann Einundzwanzigster Eins Neunzehnter Zweite Wassermann Aquarius Luft Fische Zwanzigpunkt Zwei Zwanzigster Dritte Fische Paisis Wasser Wider Vidder Wider 21.3 Zwanzigster Vierte Vidder Aries Feuer Stier 21.4 20.5 Stier Taurus Erde Zwilling 21.05. 21.06. Zwillinge, Gemini. Luft. Krebs. 22.06. 22.07. Krebskänzer. Wasser. Löwe. 23.07. 23.08. Löwe, Leo. Feuer. Jungfrau. 24.08. 23.09. Jungfrau Virgo. Erde. Waage. 24.09. 23.10. Waage, Libra. Luft. Skorpion. 24.10. 22.11. Skorpion. Skorpio. Wasser. Schütze. 23.11. 21.12. Schütze, Sagittarius. Feuer. Sternzeichen Fische, die geheimnisvollen Träumer. Das Sternzeichen Fische, lateinisch Pisces, ist das zwölfte und letzte Zeichen des Tierkreises. Es umfasst die Geburtstage von 20. Februar bis zum 20. März. Die Fische werden von den Planeten Jupiter und Neptun beherrscht und gehören zum Element Wasser. Sie sind bekannt für ihre Sensibilität, Fantasie, Mitgefühl und Kreativität. Die typischen Eigenschaften der Fische. Fische sind Menschen, die sich mit allem verbunden fühlen. Sie haben ein großes Einfühlungsvermögen und können sich in die Gefühle und Gedanken anderer hineinversetzen. Sie sind oft hilfsbereit, selbstlos und großzügig. Sie haben eine starke Intuition und eine ausgeprägte Vorstellungskraft. Sie lieben es, zu träumen und sich in andere Welten zu entführen. Fische sind aber auch sehr empfindsam und verletzlich. Sie neigen dazu, sich schnell überwältigt oder missverstanden zu fühlen. Sie können ängstlich, unsicher und entscheidungsschwach sein. Sie haben oft Schwierigkeiten, sich abzugrenzen oder ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Sie lassen sich leicht beeinflussen oder ausnutzen. Fische sind romantische Seelen, die nach der großen Liebe suchen. Sie wünschen sich einen Partner, der sie versteht, schätzt und beschützt. Sie sind treu, hingebungsvoll und zärtlich. Sie können aber auch eifersüchtig, besitzergreifend und klammernd sein. Sie brauchen viel Nähe und Zuneigung, aber auch Freiraum und Vertrauen. Fische passen am besten zu anderen Wasserzeichen wie Krebs oder Skorpion, die ihnen emotionale Sicherheit und Tiefe bieten können. Auch mit Erdzeichen wie Stier oder Steinbock können sie harmonieren, die ihnen Stabilität und Realismus vermitteln können. Schwieriger wird es mit Feuerzeichen wie Widder oder Schütze, die ihnen zu impulsiv oder oberflächlich erscheinen können. Auch mit Luftzeichen wie Zwillinge oder Waage können sie Konflikte haben, die ihnen zu rational oder distanziert erscheinen können. Die Fische im Beruf und Karriere Fische sind kreative Köpfe, die sich in künstlerischen oder sozialen Berufen wohlfühlen. Sie haben ein Gespür für Schönheit, Harmonie und Spiritualität. Sie können sich gut ausdrücken und andere inspirieren. Sie sind oft begabt für Musik, Malerei, Schreiben oder Schauspielerei. Sie können aber auch als Heiler, Lehrer, Psychologen oder Pfleger arbeiten. Fische sind aber keine Karriere-Typen, die nach Macht oder Geld streben. Sie haben oft andere Werte und Prioritäten im Leben. Sie brauchen einen Beruf, der ihnen Sinn und Erfüllung gibt. Sie sind nicht besonders ehrgeizig oder diszipliniert. Sie haben oft Probleme mit Struktur, Organisation oder Termindruck. Sie brauchen viel Freiheit und Flexibilität in ihrer Arbeit. Sternzeichen Steinbock Der Steinbock ist das zehnte Sternzeichen im Tierkreis und wird von dem Planeten Saturn beherrscht. Das Element des Steinbocks ist die Erde, was seine Bodenständigkeit, Pragmatismus und Realismus widerspiegelt. Der Steinbock ist ein ehrgeiziger, disziplinierter und verantwortungsbewusster Mensch, der sich gerne hohe Ziele setzt und diese mit Ausdauer und Geduld verfolgt. Er ist kein Freund von Risiken oder Experimenten, sondern bevorzugt das Bewährte und Traditionelle. Der Steinbock ist loyal, treu und zuverlässig, aber auch ernst, reserviert und manchmal stur. Er hat einen trockenen Humor und einen scharfen Verstand, der ihn oft kritisch und selbstkritisch macht. Der Steinbock in der Liebe Der Steinbock ist kein leicht zu erobernder Partner, denn er lässt sich nicht von seinen Gefühlen leiten, sondern von seinem Verstand. Er sucht nach einer stabilen, langfristigen und harmonischen Beziehung, die ihm Sicherheit und Geborgenheit bietet. Er ist kein Romantiker, sondern ein Realist, der seinen Partner mit Respekt, Treue und Fürsorge behandelt. Der Steinbock braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen und sich zu öffnen, aber wenn er sich einmal bindet, dann für immer. Er ist kein Abenteurer oder Flirt, sondern ein treuer Gefährte, der seinem Partner den Rücken stärkt und ihn unterstützt. Der Steinbock ist kein Liebhaber von großen Gesten oder Worten, sondern zeigt seine Liebe durch Taten und kleine Aufmerksamkeiten. Der Steinbock ist ein geborener Karrieremensch, der sich gerne hohe Ziele steckt und diese mit Fleiß, Disziplin und Ehrgeiz verfolgt. Er ist kein Träumer, sondern ein Macher, der seine Aufgaben gründlich, ordentlich und sachlich erledigt. Er hat einen ausgeprägten Sinn für Pflicht und Verantwortung und ist stets pünktlich, zuverlässig und loyal. Der Steinbock ist kein Teamplayer, sondern ein Einzelkämpfer, der sich gerne selbstständig macht oder eine Führungsposition anstrebt. Er ist kein Freund von Experimenten oder Innovationen, sondern bevorzugt das Bewährte und Traditionelle. Der Steinbock ist kein Genießer oder Spaßvogel, sondern ein ernster und nüchterner Mensch, der seinen Beruf als Berufung sieht. Der Steinbock als Kind Der Steinbock ist ein ernstes, diszipliniertes und pflichtbewusstes Kind, das sich gerne an Regeln hält und seine Aufgaben erledigt. Er ist kein Wildfang oder Draufgänger, sondern ein ruhiger und vorsichtiger Mensch, der sich nicht leicht aus der Ruhe bringen lässt. Er hat einen starken Willen und eine hohe Lernbereitschaft, die ihn oft zu einem Musterschüler machen. Er ist kein Träumer oder Fantast, sondern ein Realist, der sich gerne mit praktischen Dingen beschäftigt. Er hat einen trockenen Humor und einen scharfen Verstand, der ihn oft kritisch und selbstkritisch macht. Sternzeichen Wassermann Der Wassermann ist eines der zwölf Sternzeichen, die in der westlichen Astrologie verwendet werden. Er symbolisiert Menschen, die zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar geboren sind. Der Wassermann gehört zu den Luftzeichen und wird vom Planeten Uranus beherrscht. Er gilt als originell, fortschrittlich, unabhängig und gesellig. Der Wassermann ist ein kreativer und erfinderischer Mensch, der immer neue Ideen hat und sich für die Zukunft interessiert. Er ist offen für alles, was anders und ungewöhnlich ist, und liebt es, seine Individualität auszudrücken. Er ist kein Freund von Konventionen und Regeln, sondern folgt lieber seinem eigenen Weg. Er ist tolerant und respektiert die Meinungen und Freiheiten anderer. Der Wassermann ist auch ein sozialer Mensch, der gerne mit vielen verschiedenen Menschen kommuniziert und sich für das Wohl der Gemeinschaft einsetzt. Er hat einen großen Freundeskreis, in dem er sich wohlfühlt und akzeptiert wird. Er ist hilfsbereit, freundlich und humorvoll, aber auch distanziert, unverbindlich und manchmal unberechenbar. Er braucht viel Abwechslung und Bewegung in seinem Leben, sonst wird er schnell gelangweilt. Der Wassermann ist ein idealistischer Mensch, der an seine Visionen glaubt und sie verwirklichen will. Er ist reformbestrebt und revolutionär, aber auch eigenbrötlerisch und stur. Er lässt sich nicht gerne von anderen beeinflussen oder kontrollieren, sondern vertraut auf seinen eigenen Verstand und seine Intuition. Er ist ein Querdenker, der oft seiner Zeit voraus ist und von anderen als Spinner oder Genie angesehen wird. Sternzeichen Widder Widder sind die Pioniere des Tierkreises. Sie sind mutig, leidenschaftlich, impulsiv und energisch. Sie lieben es, neue Herausforderungen anzunehmen und ihre Grenzen auszutesten. Widder sind auch sehr loyal, ehrlich und direkt. Sie sagen, was sie denken und erwarten das Gleiche von anderen. Widder haben aber auch ihre Schattenseiten. Sie können stur, ungeduldig, aggressiv und egoistisch sein. Sie neigen dazu, sich in Konflikte zu verwickeln und andere zu überfahren. Widder müssen lernen, ihre Wut zu kontrollieren und mehr auf die Bedürfnisse und Gefühle anderer zu achten. Widder sind mit den Elementen Feuer und Luft verbunden. Widder sind in vielen Bereichen erfolgreich. Vor allem in solchen, die Mut, Initiative und Führung erfordern. Sie können gute Unternehmer, Sportler, Soldaten oder Politiker sein. Sie sind immer bereit, Risiken einzugehen und neue Wege zu beschreiten. Widder sind aber auch anfällig für Stress, Burnout und Verletzungen. Sie müssen darauf achten, sich genug zu entspannen und sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Widder sind Menschen mit einer starken Persönlichkeit und einem großen Herzen. Sie sind immer für Spaß und Action zu haben, aber auch für Liebe und Freundschaft. Wenn du einen Widder in deinem Leben hast, kannst du dich glücklich schätzen. Er oder sie wird dich immer unterstützen, inspirieren und überraschen. Sternzeichen Stier Der Stier ist das zweite Zeichen des Tierkreises und wird von der Venus, dem Planeten der Liebe und Schönheit, beherrscht. Stiere sind bekannt für ihre Sinnlichkeit, ihre Treue und ihre Sturheit. Sie lieben es, sich mit allem Schönen zu umgeben, sei es Kunst, Musik oder Essen. Sie sind auch sehr praktisch veranlagt und wissen, wie man hart arbeitet, um seine Ziele zu erreichen. Stiere haben viele positive Eigenschaften, aber auch einige Herausforderungen. Zum Beispiel sind sie sehr geduldig und ausdauernd, aber manchmal auch zu starrsinnig und unflexibel. Sie sind sehr loyal und zuverlässig, aber manchmal auch zu besitzergreifend und eifersüchtig. Sie sind sehr großzügig und warmherzig, aber manchmal auch zu materialistisch und selbstgefällig. Wenn du ein Stier bist oder einen Stier liebst, solltest du diese Tipps beachten, um das Beste aus diesem Zeichen herauszuholen. Lass dich nicht von deinem Sturkopf leiten. Versuche offen für neue Ideen und Perspektiven zu sein, auch wenn sie nicht deinen Vorstellungen entsprechen. Du kannst viel lernen, wenn du dich aus deiner Komfortzone heraus wagst. Sei nicht zu geizig mit deinem Geld oder deiner Zeit. Teile deine Ressourcen mit anderen, die sie brauchen oder schätzen. Du wirst feststellen, dass Geben genauso befriedigend sein kann wie Nehmen. Fräge deine Beziehungen zu deinen Freunden und deiner Familie. Zeige ihnen, wie sehr du sie liebst und schätzt, indem du ihnen deine Aufmerksamkeit und Zuneigung schenkst. Vermeide es, zu klammern oder zu kontrollieren. Gib ihnen Raum, um ihr eigenes Leben zu führen. Genieße das Leben in vollen Zügen. Gönn dir ab und zu etwas Schönes wie eine Massage, ein gutes Essen oder ein neues Outfit. Erkunde deine kreative Seite, indem du dich an einem Kunstprojekt versuchst oder ein Instrument lernst. Lass dich von deiner Leidenschaft inspirieren und inspiriere andere. Sternzeichen Zwilling Das Sternzeichen Zwilling 21 Mai bis 21 Juni gehört zu den Luftzeichen, die für ihre Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit und Vielseitigkeit bekannt sind. Zwillinge sind neugierig, lebhaft und anpassungsfähig. Sie lieben es, neue Erfahrungen zu machen, sich mit anderen auszutauschen und ihr Wissen zu erweitern. Zwillinge sind oft charmant, witzig und unterhaltsam. Sie können sich schnell in verschiedene Situationen einfinden und haben ein gutes Gespür für Trends und Stimmungen. Zwillinge haben aber auch ihre Schattenseiten. Sie können oberflächlich, unbeständig und unzuverlässig sein. Sie neigen dazu, sich schnell zu langweilen und sich von einer Sache zur nächsten zu wenden. Sie haben oft Schwierigkeiten, sich festzulegen oder eine Entscheidung zu treffen. Sie sind manchmal nervös, zerstreut und flatterhaft. Sie können auch unehrlich, manipulativ oder doppelzüngig sein. Zwillinge sind in der Liebe oft schwer zu fassen. Sie brauchen einen Partner, der ihnen Freiraum lässt, sie intellektuell fordert und sie immer wieder überrascht. Sie sind nicht sehr romantisch oder sentimental, sondern eher rational und pragmatisch. Sie suchen nach Abwechslung, Spaß und Spannung in einer Beziehung. Sie passen gut zu anderen Luftzeichen wie Waage oder Wassermann, die ihnen ähnlich sind. Auch mit Feuerzeichen wie Widder oder Schütze können sie eine leidenschaftliche und dynamische Verbindung eingehen. Zwillinge sind beruflich oft sehr erfolgreich. Sie haben viele Talente und Interessen, die sie in verschiedenen Bereichen einsetzen können. Sie sind kreativ, innovativ und lernfähig. Sie arbeiten gerne im Team und können andere mit ihrer Begeisterung anstecken. Sie sind geschickt im Umgang mit Worten und Zahlen, was ihnen in Bereichen wie Journalismus, Marketing, Lehre oder Forschung zugute kommt. Zwillinge sind im Allgemeinen fröhliche, offene und lebenslustige Menschen, die immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Erkenntnissen sind. Sie haben einen großen Wissensdurst und einen ausgeprägten Sinn für Humor. Sie sind immer für eine Überraschung gut und bringen Schwung in jede Runde. Sternzeichenkrebs Der Krebs ist das vierte Sternzeichen im Tierkreis und gehört zum Element Wasser. Er ist von 22. Juni bis zum 22. Juli geboren und wird vom Mond beherrscht. Der Krebs ist ein sehr gefühlvoller, fürsorglicher und häuslicher Mensch, der viel Wert auf Familie, Freunde und Sicherheit legt. Er hat eine starke Intuition und eine reiche Fantasie, die ihn kreativ und einfallsreich machen. Der Krebs ist auch sehr loyal, treu und anhänglich, aber er kann auch launisch, empfindlich und verschlossen sein. Er neigt dazu, sich in seine Schale zurückzuziehen, wenn er verletzt oder bedroht wird. Der Krebs ist am besten mit anderen Wasserzeichen wie Fische und Skorpion oder mit Erdzeichen wie Stier und Jungfrau kompatibel. Er braucht einen Partner, der ihm Geborgenheit, Zuneigung und Verständnis bietet, aber auch seine Unabhängigkeit respektiert. Der Krebs ist kein Abenteurer oder Draufgänger, er bevorzugt ein ruhiges und gemütliches Zuhause, wo er sich entspannen und wohlfühlen kann. Er mag es, sich um andere zu kümmern und ihnen zu helfen, aber er erwartet auch Anerkennung und Dankbarkeit dafür. Der Krebs hat ein gutes Gedächtnis und einen ausgeprägten Sinn für Humor, der ihn oft ironisch oder sarkastisch werden lässt. Der Krebs hat viele Talente und Interessen, die er gerne auslebt. Er ist oft künstlerisch begabt und hat ein Gespür für Schönheit und Harmonie. Er mag Musik, Kunst, Literatur, Geschichte und alles, was mit Emotionen zu tun hat. Er ist auch sehr lernfähig und wissbegierig, er liebt es, neue Dinge zu entdecken und zu erforschen. Der Krebs ist kein Materialist, er misst dem Geld keinen großen Wert bei, solange er genug hat, um seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Er ist eher sparsam und vorsichtig im Umgang mit Finanzen. Der Krebs ist ein guter Freund und Ratgeber, der immer ein offenes Ohr und ein tröstendes Wort für seine Lieben hat. Sternzeichen Löwe Hallo, liebe Löwen! Ihr seid die Könige und Königinnen des Tierkreises und das wisst ihr auch. Ihr habt eine tolle Ausstrahlung, viel Energie und eine starke Persönlichkeit. Ihr liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und ihr seid immer bereit für ein Abenteuer. Aber was macht euch sonst noch aus? In diesem Artikel erfahrt ihr mehr über euer Sternzeichen und was es über euren Charakter, eure Liebe und eure Karriere aussagt. Der Löwe ist das fünfte Zeichen des Tierkreises und gehört zu den Feuerzeichen. Sein Herrscherplanet ist die Sonne, die ihm seine Vitalität, seinen Optimismus und seinen Stolz verleiht. Der Löwe ist ein kreatives, leidenschaftliches und großzügiges Zeichen, das gerne seine Talente zeigt und andere begeistert. Er hat ein großes Herz und einen starken Beschützerinstinkt für seine Lieben. Er ist auch ein geborener Anführer, der gerne die Initiative ergreift und andere inspiriert. Der Löwe hat aber auch seine Schattenseiten. Er kann arrogant, herrschsüchtig und egozentrisch sein, wenn er sich zu sehr auf sich selbst konzentriert. Er kann auch intolerant, stur und manipulativ sein, wenn er seinen Willen durchsetzen will. Er ist nicht sehr kritikfähig, da er seine Fehler nicht gerne zugibt. Er braucht viel Anerkennung und Bewunderung, um sein Selbstwertgefühl zu stärken. Er neigt dazu, verschwenderisch zu leben und sich nur das Beste zu gönnen. Der Löwe ist ein sehr romantischer und leidenschaftlicher Liebhaber, der seinem Partner oder seiner Partnerin viel Aufmerksamkeit schenkt. Er ist treu, loyal und ehrlich, solange er sich geliebt und respektiert fühlt. Er ist auch sehr unternehmungslustig und liebt es, gemeinsam Spaß zu haben und neue Dinge auszuprobieren. Er ist aber auch sehr besitzergreifend und eifersüchtig, wenn er das Gefühl hat, dass sein Partner oder seine Partnerin ihm nicht genug Aufmerksamkeit schenkt oder ihn betrügt. Er kann dann sehr verletzend und nachtragend werden. Der ideale Partner oder die ideale Partnerin für den Löwen muss ihm das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein. Er oder sie muss ihn bewundern, ihm Komplimente machen und ihm Geschenke machen. Er oder sie muss auch selbstbewusst, unabhängig und interessant sein, um ihn herauszufordern und zu faszinieren. Er oder sie muss aber auch bereit sein, sich dem Löwen unterzuordnen und ihm die Führung zu überlassen. Der Löwe verträgt sich am besten mit den anderen Feuerzeichen Widder und Schütze, sowie mit den Luftzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Der Löwe in der Karriere Der Löwe ist ein sehr ehrgeiziger und zielstrebiger Mensch, der gerne Erfolg hat und anerkannt wird. Er hat viele Talente und Fähigkeiten, die er gerne einsetzt und weiterentwickelt. Er ist kreativ, innovativ und originell in seinen Ideen und Projekten. Er ist auch sehr selbstständig, entschlossen und mutig in seiner Umsetzung. Er ist ein guter Organisator, der gerne Verantwortung übernimmt und andere motiviert. Der Löwe braucht eine Karriere, die ihm die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken, seine Individualität zu zeigen und seine Leidenschaft zu leben. Er braucht auch eine Karriere, die ihm Prestigestatus und Macht verleiht. Er eignet sich für Berufe wie Künstler, Schauspieler, Musiker, Autor, Lehrer, Anwalt, Politiker oder Manager. Der Löwe als Kind Der Löwe ist ein fröhliches, lebhaftes und neugieriges Kind, das gerne spielt, lernt und entdeckt. Er hat eine starke Persönlichkeit und einen ausgeprägten Willen. Er ist selbstbewusst, mutig und abenteuerlustig. Er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und bewundert zu werden. Er ist auch sehr kreativ und fantasievoll in seinen Spielen und Geschichten. Der Löwe braucht eine Erziehung, die ihm viel Liebe, Lob und Anerkennung gibt. Er braucht auch eine Erziehung, die ihm Grenzen, Regeln und Disziplin beibringt. Er braucht eine Erziehung, die seine Kreativität, seine Individualität und seine Führungsqualitäten fördert. Er braucht eine Erziehung, die ihm Respekt, Toleranz und Großzügigkeit lehrt. Sternzeichen Jungfrau Die Jungfrau ist das sechste Zeichen des Tierkreises und wird von dem Planeten Merkur beherrscht. Sie ist ein Erdzeichen und steht für Ordnung, Analyse, Fleiß und Perfektion. Die Jungfrau ist ein sehr intelligenter, praktischer und bescheidener Mensch, der sich gerne nützlich macht und anderen hilft. Sie hat einen scharfen Verstand und ein gutes Auge für Details. Sie ist sehr gewissenhaft, zuverlässig und ehrlich in allem, was sie tut. Die Jungfrau ist aber auch sehr kritisch, sowohl mit sich selbst als auch mit anderen. Sie hat hohe Ansprüche und erwartet viel von sich und ihrem Umfeld. Sie kann sehr pedantisch, kleinlich und nörgelnd sein, wenn etwas nicht ihren Vorstellungen entspricht. Sie ist oft ängstlich, besorgt und hypochundrisch, weil sie sich zu viele Gedanken macht und alles kontrollieren will. Sie hat Schwierigkeiten, sich zu entspannen und zu genießen, weil sie immer etwas zu tun oder zu verbessern findet. Sie ist eher schüchtern, zurückhaltend und kühl in ihrem Auftreten und braucht Zeit, um Vertrauen zu anderen aufzubauen. Die Jungfrau hat aber auch eine charmante, freundliche und loyale Seite. Sie ist eine treue Freundin, die immer ein offenes Ohr hat und gute Ratschläge gibt. Sie ist vielseitig interessiert und lernbegierig. Sie hat einen guten Geschmack und einen Sinn für Ästhetik. Sie ist sparsam, aber nicht geizig. Sie weiß, wie man mit Geld umgeht und legt Wert auf Qualität statt Quantität. Sie ist eine gute Organisatorin, die alles im Griff hat. Die Jungfrau ist ein faszinierendes Sternzeichen, das viel zu bieten hat. Sie ist eine Mischung aus Vernunft und Gefühl, aus Stärke und Sensibilität, aus Disziplin und Flexibilität. Sie ist eine Person, die man schätzen und bewundern kann, wenn man sie besser kennenlernt. Sternzeichen Waage Die Waage ist das siebte Zeichen des Tierkreises und wird von der Venus beherrscht. Das bedeutet, dass Waagen sehr harmoniebedürftig, diplomatisch und charmant sind. Sie lieben es, sich schön zu kleiden, Kunst zu genießen und sich mit interessanten Menschen zu umgeben. Sie sind auch sehr gerecht und versuchen immer die beste Lösung für alle zu finden. Aber Waagen haben auch ihre Schattenseiten. Sie können sehr unentschlossen, faul und oberflächlich sein. Sie haben oft Angst vor Konflikten und Kritik und neigen dazu, sich anzupassen oder zu flüchten. Sie sind auch sehr eitel und legen viel Wert auf ihr Aussehen und ihren Ruf. Sie können manchmal manipulativ und unehrlich sein, um ihren eigenen Vorteil zu sichern. Wagen sind am besten mit anderen Luftzeichen wie Zwillinge und Wassermann kompatibel, die ihre Intellektualität und Kommunikationsfähigkeit schätzen. Sie verstehen sich auch gut mit Feuerzeichen wie Widder und Löwe, die ihre Leidenschaft und ihr Temperament anregen. Sie sollten sich von R-Zeichen wie Stier und Jungfrau fernhalten, die zu praktisch und kritisch für ihren Geschmack sind. Sie haben auch Schwierigkeiten mit Wasserzeichen wie Krebs und Skorpion, die zu emotional und intensiv für ihre Leichtigkeit sind. Wagen sind oft in kreativen oder sozialen Berufen erfolgreich, wie zum Beispiel Künstler, Designer, Anwalt oder Diplomat. Sie haben ein gutes Gespür für Ästhetik und Harmonie und können andere Menschen leicht beeinflussen oder überzeugen. Sie sind auch sehr gesellig und haben viele Freunde und Bekannte. Sie lieben es, Partys zu schmeißen oder zu besuchen und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Wagen haben viele berühmte Persönlichkeiten hervorgebracht, wie zum Beispiel Mahatma Gandhi, Oskar Wilde, Kim Kardashian oder Eminem. Sie alle zeigen die typischen Merkmale der Waage, Charme, Schönheit, Gerechtigkeitssinn oder Witz. Sternzeichen Skorpion Skorpione sind die mysteriösen und leidenschaftlichen Menschen des Tierkreises. Sie sind von 23. Oktober bis zum 21. November geboren und gehören zum Element Wasser. Skorpione haben einen starken Willen, eine tiefe Intuition und eine magnetische Anziehungskraft. Sie sind loyal, ehrlich und entschlossen, aber auch eifersüchtig, besitzergreifend und rachsüchtig. Skorpione lieben es, Geheimnisse zu erforschen, Herausforderungen zu meistern und sich selbst zu verwandeln. Skorpione sind mit dem Planeten Pluto verbunden, der für Macht, Transformation und Wiedergeburt steht. Pluto ist der kleinste und am weitesten entfernte Planet im Sonnensystem, aber er hat einen großen Einfluss auf die Persönlichkeit der Skorpione. Pluto verleiht ihnen eine dunkle und geheimnisvolle Aura, die andere fasziniert oder abschreckt. Pluto hilft ihnen auch, sich von alten Mustern zu befreien und sich neu zu erfinden. Skorpione haben viele Talente und Fähigkeiten, die sie in verschiedenen Bereichen erfolgreich machen können. Sie sind gute Forscher, Detektive, Psychologen, Heiler, Manager, Künstler oder Schriftsteller. Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe, eine analytische Denkweise und eine kreative Vorstellungskraft. Sie sind nicht leicht zu beeindrucken oder zu manipulieren, sondern vertrauen auf ihre eigene Meinung und Intuition. Skorpione sind sehr leidenschaftlich in der Liebe und suchen nach einem Partner, der ihre tiefe Intensität und Hingabe teilt. Sie sind nicht an oberflächlichen oder kurzlebigen Beziehungen interessiert, sondern an einer Seelenverwandtschaft, die sie vollständig erfüllt. Sie sind treu und beschützend gegenüber ihren Liebsten, aber auch eifersüchtig und kontrollierend. Sie erwarten absolute Ehrlichkeit und Loyalität von ihrem Partner und vergeben keine Untreue oder Verrat. Skorpione haben einen starken Sinn für Humor, der oft sarkastisch oder schwarz ist. Sie können über sich selbst lachen, aber auch über andere spotten oder provozieren. Sie haben keine Angst vor Tabus oder Kontroversen und können manchmal schockierend oder unverschämt sein. Sie lieben es, andere zu überraschen oder zu verblüffen mit ihren unerwarteten Witzen oder Kommentaren. Skorpione sind faszinierende und komplexe Persönlichkeiten, die viele Schichten haben. Sie sind nicht leicht zu verstehen oder zu durchschauen, aber sie sind immer authentisch und einzigartig. Sie haben eine starke Anziehungskraft auf andere Menschen, die entweder von ihnen angezogen oder abgestoßen werden. Sie sind stolz auf ihre Individualität und Unabhängigkeit und lassen sich nicht von anderen definieren oder einschränken. Sternzeichen Schütze Schütze ist das neunte Sternzeichen des Tierkreises. Es beginnt am 22. November und endet am 21. Dezember. Das Symbol des Schützen ist ein Bogenschütze. Schützinnen und Schützen sind optimistische, fröhliche und humorvolle Menschen. Sie sind gerne in Gesellschaft und lieben es zu reisen und neue Erfahrungen zu sammeln. Sie sind auch sehr intelligent und wissbegierig. Schützen sind jedoch auch sehr impulsiv und ungeduldig. Sie können schnell frustriert werden, wenn sie nicht sofort ihren Willen bekommen. Sie sind auch sehr freiheitsliebend und können sich schwer an eine Sache binden. Im Berufsleben sind Schützen sehr erfolgreich. Sie sind gute Teamplayer und haben ein großes Talent für Kommunikation. Sie sind auch sehr kreativ und können neue Ideen entwickeln. In der Liebe sind Schützinnen und Schützen sehr leidenschaftlich. Sie geben sich voll und ganz in einer Beziehung hin. Allerdings können sie auch schnell wieder kalt werden, wenn sie sich nicht mehr geliebt fühlen. Hier sind einige berühmte Schützinnen und Schützen. Angelina Jolie Beyoncé Bruce Springsteen George Clooney Oprah Winfrey Schütze ist ein Feuerzeichen. Das bedeutet, dass Schützinnen und Schützen sehr leidenschaftlich, impulsiv und energisch sind. Sie sind auch sehr optimistisch und haben immer einen Plan. Schütze ist ein Zeichen der Expansion. Das bedeutet, dass Schützinnen und Schützen immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen sind. Sie lieben es zu reisen, neue Menschen kennenzulernen und neue Dinge zu lernen. Schütze ist ein Zeichen des Glücks. Das bedeutet, dass Schützinnen und Schützen oft Glück in ihrem Leben haben. Sie sind optimistisch und glauben an sich selbst, was ihnen oft hilft, ihre Ziele zu erreichen. Schütze ist ein Zeichen der Freiheit. Das bedeutet, dass Schützinnen und Schützen sehr freiheitsliebend sind. Sie brauchen viel Freiraum und können sich schwer an eine Sache binden. Schütze ist ein Zeichen der Weisheit. Das bedeutet, dass Schützinnen und Schützen sehr intelligent und wissensdurstig sind. Sie sind immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen und lernen gerne dazu. Schütze ist ein Zeichen der Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass Schützinnen und Schützen sehr gerecht und fair sind. Sie kämpfen immer für das, was sie für richtig halten. Schütze ist ein Zeichen der Hoffnung. Das bedeutet, dass Schützinnen und Schützen immer an eine bessere Zukunft glauben. Sie geben nie auf, auch wenn es mal schwierig wird. Chinesische Astrologie Jedes Jahr wechselt das Tiersymbol, aber nur jedes zweite Jahr das Element. Jahr-Tiersymbol-Element 22. Januar 2023 9. Februar 2024 Hasewasser 1. Februar 2022 21. Januar 2023 Tigerwasser 12. Februar 2021 31. Januar 2022 Büffelmetall 25. Januar 2020 11. Februar 2021 Ratte-Metall 5. Februar 2019 24. Januar 2020 Schweinerde 16. Februar 2018 4. Februar 2019 Hunderde 28. Januar 2017 15. Februar 2018 Hahnfeuer 8. Februar 2016 27. Januar 2017 Affefeuer 19. Februar 2015 15. Februar 2016 Ziegeholz 31. Januar 2014 18. Februar 2015 Pferdholz 10. Februar 2013 30. Januar 2014 Schlangewasser 23. Januar 2012 9. Februar 2013 Drachewasser 3. Februar 2011 22. Januar 2012 Hasemetall 14. Februar 2010 14. Februar 2010 2. Februar 2011 Tigermetall 26. Januar 2009 23. Februar 2010 Büffel Erde 6. Februar 2008 25. Januar 2009 Ratteerde 16. Februar 2007 5. Februar 2008 Schweinfeuer 29. Januar 2006 15. Februar 2007 Hundfeuer 9. Februar 2005 28. Januar 2006 Hahnholz 21. Januar 2004 48. Februar 2005 Affeholz 3. Februar 2003 20. Januar 2004 Ziegewasser 13. Februar 2002 2. Februar 2003 Pferdwasser 25. Januar 2001 12. Februar 2002 Schlange Metall 4. Februar 2004 24. Januar 2001 Drache Metall 16. Februar 1999 3. Februar 2000 Haseerde 28. Januar 1998 15. Februar 1999 Tigererde 7. Februar 1997 27. Januar 1998 Büffel Feuer 18. Februar 1996 6. Februar 1997 Ratte, Feuer 30. Januar 1995 17. Februar 1996 Schweinholz 10. Februar 1994 10. Februar 1994 29. Januar 1995 Hundholz 22. Januar 1993 9. Februar 1994 Hahnwasser 3. Februar 1992 21. Januar 1993 Affe-Wasser 14. Januar 1991 2. Februar 1992 Ziege Metall 26. Januar 1990 13. Januar 1991 Pferd-Metall 6. Februar 1989 25. Januar 1990 Schlange Erde 17. Februar 1988 5. Februar 1989 Drache Erde 29. Januar 1987 16. Februar 1988 16. Februar 1988 Hasefeuer 9. Februar 1986 28. Januar 1987 Tigerfeuer 19. Februar 1985 8. Februar 1986 Büffelholz 1. Februar 1984 18. Februar 1985 Ratteholz 13. Februar 1983 31. Januar 1984 Schweinwasser 25. Januar 1982 12. Februar 1983 Hundwasser 4. Februar 1981 24. Januar 1982 Hahn-Metall 16. Februar 1980 3. Februar 1981 Affe-Metall 28. Januar 1979 15. Februar 1980 Ziege Erde 7. Februar 1978 27. Januar 1979 Pferd Erde 18. Februar 1977 6. Februar 1978 Schlange Feuer 31. Januar 1976 17. Februar 1977 Drache Feuer 11. Februar 1975 30. Januar 1976 Haserholz 23. Januar 1974 23. Januar 1974 10. Februar 1975 Tigerholz 3. Februar 1973 22. Januar 1974 Büffel Wasser 15. Februar 1972 15. Februar 1972 2. Februar 1973 Ratte Wasser 26. Januar 1971 14. Februar 1972 Schwein-Metall 6. Februar 1970 25. Januar 1971 Hund-Metall 16. Februar 1969 5. Februar 1970 Hahn Erde 29. Januar 1968 29. Januar 1968 15. Februar 1969 Affe Erde 9. Februar 1967 28. Januar 1968 Ziege Feuer 21. Januar 1966 21. Januar 1966 21. Januar 1966 22. Januar 1967 Pferdfeuer 23. Januar 1965 22. Januar 1966 Schlange Holz 25. Januar 1963 12. Februar 1964 Hase Wasser 5. Februar 1962 24. Januar 1963 Tigerwasser 15. Februar 1961 4. Februar 1962 Büffel-Metall 18. Januar 1960 14. Februar 1961 Ratte-Metall 7. Februar 1959 57. Januar 1960 Schwein Erde 18. Februar 1958 6. Februar 1959 Hund Erde 30. Januar 1957 17. Januar 1958 Hahn Feuer 11. Februar 1956 29. Januar 1957 Affe Feuer 24. Januar 1955 10. Februar 1956 Ziege Holz 3. Februar 1954 23. Januar 1955 Pferdholz 14. Februar 1953 2. Februar 1954 Schlange Wasser 26. Januar 1952 13. Februar 1953 Drache Wasser 6. Februar 1951 555 25. Januar 1952 Hasemetall 16. Februar 1950 5. Februar 1951 Tigermetall 29. Januar 1949 15. Februar 1950 15. Februar 1950 Büffel Erde 21. Februar 1946 1. Februar 1946 Hahn Holz 25. Januar 1944 11. Februar 1945 Affe Holz 41 Drache Metall 19. Februar 1939 7. Februar 1940 Hase Erde 31. Januar 1938 18. Februar 1939 Tiger Erde 11. Februar 1937 30. Januar 1938 Büffel Feuer 24. Januar 1936 10. Februar 1937 Ratte Feuer 3. Februar 1935 23. Januar 1936 Schweinholz 14. Februar 1934 2. Februar 1935 Hundholz 25. Januar 1933 13. Februar 1934 Hahnwasser 6. Februar 1932 24. Januar 1933 1933 Affe Wasser 17. Februar 1931 5. Februar 1932 Ziege Metall 29. Januar 1936 29. Januar 1936 16. Februar 1931 Pferd-Metall 9. Februar 1929 Schlange Erde 22. Januar 1936 Schlange Erde 22. Januar 1928 8. Februar 1929 Drache Erde 2. Februar 1927 2. Februar 1927 21. Januar 1928 Hase Feuer 12. Februar 1926 1. Februar 1927 Tiger Feuer 24. Januar 1925 11. Februar 1926 Büffelholz 5. Februar 1924 23. Januar 1925 Ratte Holz 15. Februar 1923 4. Februar 1924 Schweinwasser 27. Januar 1922 14. Februar 1923 Hundwasser 8. Februar 1921 26. Januar 1922 Hahnmetall 8. Februar 1927 7. Februar 1921 Affe Metall 31. Januar 1919 7. Februar 1920 Ziege Erde 11. Februar 1918 30. Januar 1919 Pferd Erde 23. Januar 1917 10. Februar 1918 Schlange Feuer 3. Februar 1916 22. Januar 1917 Drache Feuer 14. Februar 1915 2. Februar 1916 Haseholz 26. Januar 1914 13. Februar 1915 Tigerholz 6. Februar 1913 25. Januar 1914 Büffel Wasser 18. Februar 1912 5. Februar 1913 Ratte Wasser 30. Januar 1911 17. Februar 1912 Schweinmetall 10. Februar 1910 29. Januar 1911 Hund Metall Allgemeines Horoskop 2024 für Steinbock Steinböcke sind sehr ehrgeizig und zielstrebig. Sie arbeiten hart und sind bereit, viel zu tun, um ihre Ziele zu erreichen. Im Jahr 2024 werden die Sterne Steinböcken besonders günstig stehen. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie sich auf ihre Ziele konzentrieren und nicht aufgeben. Liebe In der Liebe stehen Steinböcken im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Steinböcke in der Liebe. Beruf Im Beruf werden Steinböcke im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Gesundheit Die Gesundheit von Steinböcken wird im Jahr 2024 gut sein. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport schreiben, um ihre Gesundheit zu erhalten. Geld Das Finanzleben von Steinböcken wird im Jahr 2024 stabil sein. Sie haben genug Geld, um ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Steinböcke ein erfolgreiches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie sich auf ihre Ziele konzentrieren und nicht aufgeben. Allgemeines Horoskop für Wassermann 2024 Wassermänner sind innovative und kreative Menschen. Sie sind immer auf der Suche nach neuen Ideen und Möglichkeiten, um die Welt zu verbessern. Im Jahr 2024 werden die Sterne Wassermann besonders günstig stehen. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Ideen verwirklichen und sich nicht davor scheuen, neue Wege zu gehen. Liebe In der Liebe stehen Wassermann im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Wassermann in der Liebe. Beruf Im Beruf werden Wassermann im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Gesundheit Die Gesundheit von Wassermann wird im Jahr 2024 gut sein. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport schreiben, um ihre Gesundheit zu erhalten. Geld Das Finanzleben von Wassermann wird im Jahr 2024 stabil sein. Sie haben genug Geld, um ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Wassermann ein erfolgreiches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Ideen verwirklichen und sich nicht davor scheuen, neue Wege zu gehen. Allgemeines Horoskop für Fische 2024 Fische sind sensible und emotionale Menschen. Sie sind sehr kreativ und haben eine gute Vorstellungskraft. Im Jahr 2024 werden die Sterne Fische besonders günstig stehen. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Intuition folgen und sich nicht davor scheuen, ihre Träume zu verwirklichen. Liebe In der Liebe stehen Fische im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Fische in der Liebe. Beruf Im Beruf werden Fische im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Gesundheit Die Gesundheit von Fischen wird im Jahr 2024 gut sein. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport schreiben, um ihre Gesundheit zu erhalten. Geld Das Finanzleben von Fischen wird im Jahr 2024 stabil sein. Sie haben genug Geld, um ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Fische ein glückliches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Intuition folgen und sich nicht davor scheuen, ihre Träume zu verwirklichen. Allgemeines Horoskop für Widder 2024 Widder sind mutige und entschlossene Menschen. Sie sind immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Abenteuern. Im Jahr 2024 werden die Sterne Widder besonders günstig stehen. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Ziele verfolgen und sich nicht davor scheuen, Risiken einzugehen. Liebe In der Liebe stehen Widder im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Widder in der Liebe. Beruf Im Beruf werden Widder im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Gesundheit Die Gesundheit von Widder wird im Jahr 2024 gut sein. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport schreiben, um ihre Gesundheit zu erhalten. Geld Das Finanzleben von Widder wird im Jahr 2024 stabil sein. Sie haben genug Geld, um ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Widder ein erfolgreiches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn Sie Ihre Ziele verfolgen und sich nicht davor scheuen, Risiken einzugehen. Hier sind einige zusätzliche Tipps für Widder im Jahr 2024. Setzen Sie sich realistische Ziele und verfolgen Sie diese konsequent. Seien Sie offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und Ihre Fähigkeiten. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und Ihre Bedürfnisse. Geben Sie nicht auf, auch wenn es mal schwierig wird. Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich. Allgemeines Horoskop 2024 für Stier Stiere sind zuverlässige und beständige Menschen. Sie sind sehr bodenständig und haben einen Sinn für Sicherheit und Stabilität. Im Jahr 2024 werden die Sterne für Stiere günstig stehen. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn Sie Ihre Ziele verfolgen und sich nicht davor scheuen, neue Wege zu gehen. Liebe In der Liebe stehen Stiere im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Stiere in der Liebe. Beruf Im Beruf werden Stiere im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Gesundheit Die Gesundheit von Stiere ist gut. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport schreiben, um Ihre Gesundheit zu erhalten. Geld Das Finanzleben von Stiere ist stabil. Sie haben genug Geld, um Ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Stiere ein erfolgreiches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn Sie Ihre Ziele verfolgen und sich nicht davor scheuen, neue Wege zu gehen. Hier sind einige zusätzliche Tipps für Stiere im Jahr 2024. Setzen Sie sich realistische Ziele und verfolgen Sie diese konsequent. Seien Sie offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und Ihre Fähigkeiten. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und Ihre Bedürfnisse. Geben Sie nicht auf, auch wenn es mal schwierig wird. Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich. Allgemeines Horoskop 2024 für Zwillinge Zwillinge sind gesellige und kommunikative Menschen. Sie sind sehr intelligent und haben ein großes Interesse an neuen Dingen. Im Jahr 2024 werden die Sterne für Zwillinge günstig stehen. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Ideen verwirklichen und sich nicht davor scheuen, neue Wege zu gehen. Liebe In der Liebe stehen Zwillinge im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Zwillinge in der Liebe. Beruf Im Beruf werden Zwillinge im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Gesundheit Die Gesundheit von Zwillingen ist gut. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport schreiben, um ihre Gesundheit zu erhalten. Geld Das Finanzleben von Zwillingen ist stabil. Sie haben genug Geld, um ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Zwillinge ein erfolgreiches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn Sie Ihre Ideen verwirklichen und sich nicht davor scheuen, neue Wege zu gehen. Hier sind einige zusätzliche Tipps für Zwillinge im Jahr 2024. Setzen Sie sich realistische Ziele und verfolgen Sie diese konsequent. Seien Sie offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und Ihre Fähigkeiten. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und Ihre Bedürfnisse. Geben Sie nicht auf, auch wenn es mal schwierig wird. Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich. Allgemeines Horoskop 2024 für Krebs Krebse sind sensible und emotionale Menschen. Sie sind sehr einfühlsam und haben ein großes Herz für andere. Im Jahr 2024 werden die Sterne für Krebse günstig stehen. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn Sie Ihre Intuition folgen und sich nicht davor scheuen, Ihre Träume zu verwirklichen. Liebe In der Liebe stehen Krebse im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Krebse in der Liebe. Beruf Im Beruf werden Krebse im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Gesundheit Die Gesundheit von Krebsen ist gut. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport schreiben, um Ihre Gesundheit zu erhalten. Geld Das Finanzleben von Krebsen ist stabil. Sie haben genug Geld, um Ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Krebse ein glückliches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn Sie Ihre Intuition folgen und sich nicht davor scheuen, Ihre Träume zu verwirklichen. Hier sind einige zusätzliche Tipps für Krebse im Jahr 2024. Setzen Sie sich realistische Ziele und verfolgen Sie diese konsequent. Seien Sie offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und Ihre Fähigkeiten. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und Ihre Bedürfnisse. Geben Sie nicht auf, auch wenn es mal schwierig wird. Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich. Allgemeines Horoskop 2024 für Löwe Löwen sind selbstbewusste und charismatische Menschen. Sie sind sehr kreativ und haben einen großen Sinn für Humor. Im Jahr 2024 werden die Sterne für Löwe günstig stehen. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Ideen verwirklichen und sich nicht davor scheuen, ihre Träume zu verwirklichen. Liebe In der Liebe stehen Löwen im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Löwe in der Liebe. Beruf Im Beruf werden Löwen im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Gesundheit Die Gesundheit von Löwen ist gut. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport schreiben, um ihre Gesundheit zu erhalten. Geld Das Finanzleben von Löwen ist stabil. Sie haben genug Geld, um ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Löwe ein glückliches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Ideen verwirklichen und sich nicht davor scheuen, ihre Träume zu verwirklichen. Hier sind einige zusätzliche Tipps für Löwe im Jahr 2024. Setzen Sie sich realistische Ziele und verfolgen Sie diese konsequent. Seien Sie offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und Ihre Fähigkeiten. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und Ihre Bedürfnisse. Geben Sie nicht auf, auch wenn es mal schwierig wird. Allgemeines Horoskop 2024 für Jungfrau Jungfrauen sind detailgenau, pflichtbewusst und analytisch. Sie sind sehr organisiert und haben einen Sinn für Ordnung. Im Jahr 2024 stehen die Sterne für Jungfrauen günstig. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Fähigkeiten effizient einsetzen und sich nicht davor scheuen, neue Wege zu gehen. In der Liebe stehen Jungfrauen im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Jungfrauen in der Liebe. Im Beruf werden Jungfrauen im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Die Gesundheit von Jungfrauen ist gut. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport schreiben, um ihre Gesundheit zu erhalten. Das Finanzleben von Jungfrauen ist stabil. Sie haben genug Geld, um ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Jungfrauen ein erfolgreiches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Fähigkeiten effizient einsetzen und sich nicht davor scheuen, neue Wege zu gehen. Hier sind einige zusätzliche Tipps für Jungfrauen im Jahr 2024. Setzen Sie sich realistische Ziele und verfolgen Sie diese konsequent. Seien Sie offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und Ihre Intuition. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und Ihre Bedürfnisse. Geben Sie nicht auf, auch wenn es mal schwierig wird. Allgemeines Horoskop 2024 für Waage Waagen sind diplomatisch, gerecht und harmoniebedürftig. Sie sind sehr elegant und haben einen Sinn für Stil. Im Jahr 2024 stehen die Sterne für Waagen günstig. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzen, um andere zu unterstützen und Konflikte zu lösen. In der Liebe stehen Waagen im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Waagen in der Liebe. Im Beruf werden Waagen im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Die Gesundheit von Waagen ist gut. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport treiben, um ihre Gesundheit zu erhalten. Das Finanzleben von Waagen ist stabil. Sie haben genug Geld, um ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Waagen ein glückliches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn Sie Ihre Fähigkeiten einsetzen, um andere zu unterstützen und Konflikte zu lösen. Hier sind einige zusätzliche Tipps für Waagen im Jahr 2024. Setzen Sie sich realistische Ziele und verfolgen Sie diese konsequent. Seien Sie offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und Ihre Intuition. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und Ihre Bedürfnisse. Geben Sie nicht auf, auch wenn es mal schwierig wird. Allgemeines Horoskop 2024 für Skorpion Skorpione sind leidenschaftlich, intensiv und geheimnisvoll. Sie sind sehr emotional und haben eine große Intuition. Im Jahr 2024 stehen die Sterne für Skorpione günstig. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Träume zu verwirklichen. In der Liebe stehen Skorpione im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Skorpione in der Liebe. Im Beruf werden Skorpione im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Die Gesundheit von Skorpionen ist gut. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport schreiben, um ihre Gesundheit zu erhalten. Das Finanzleben von Skorpionen ist stabil. Sie haben genug Geld, um ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Skorpione ein erfolgreiches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Träume zu verwirklichen. Hier sind einige zusätzliche Tipps für Skorpione im Jahr 2024. Setzen Sie sich realistische Ziele und verfolgen Sie diese konsequent. Seien Sie offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und Ihre Intuition. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und Ihre Bedürfnisse. Geben Sie nicht auf, auch wenn es mal schwierig wird. Allgemeines Horoskop 2024 für Schütze Schützen sind optimistisch, abenteuerlustig und weltoffen. Sie sind sehr intelligent und haben einen Sinn für Humor. Im Jahr 2024 stehen die Sterne für Schützen günstig. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzen, um neue Erfahrungen zu sammeln und ihre Träume zu verwirklichen. In der Liebe stehen Schützen im Jahr 2024 einige Veränderungen bevor. Singles könnten die Liebe ihres Lebens finden. In festen Beziehungen könnte es zu Höhen und Tiefen kommen, aber insgesamt wird es ein glückliches Jahr für Schützen in der Liebe. Im Beruf werden Schützen im Jahr 2024 viel Erfolg haben. Sie können neue Projekte übernehmen und sich weiterentwickeln. Es ist ein gutes Jahr, um Karriere zu machen und neue Ziele zu erreichen. Die Gesundheit von Schützen ist gut. Sie sollten sich gesund ernähren und regelmäßig Sport schreiben, um ihre Gesundheit zu erhalten. Das Finanzleben von Schützen ist stabil. Sie haben genug Geld, um ihre Ausgaben zu decken und etwas Geld zu sparen. Es ist ein gutes Jahr, um Geld zu investieren und sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Allgemeines Fazit Das Jahr 2024 wird für Schütze ein glückliches Jahr sein. Sie können in diesem Jahr viel erreichen, wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzen, um neue Erfahrungen zu sammeln und ihre Träume zu verwirklichen. Hier sind einige zusätzliche Tipps für Schützen im Jahr 2024. Setzen Sie sich realistische Ziele und verfolgen Sie diese konsequent. Seien Sie offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und Ihre Intuition. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und Ihre Bedürfnisse. Geben Sie nicht auf, auch wenn es mal schwierig wird. Schlusswort Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon. Besuche auch die Webseite des HasenChat Audiobook Labels unter https.doppelpunkt slash slash hasenchat.net Mit freundlichen Grüßen Norbert Reinwand Besuche uns auch bei Amazon Music und höre HasenChat Music kostenlos. Weitere Bücher